Hey Leute, Martin Fortnite hier mit einem neuen Video und das ist mein Freund Boss. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, dann schreibe ich, dass ihr mit denen spielt. Und das war es mit dem Video, ich wollte nur meinen Freund zeigen und meine Freunde... Und das war es, tschüss.